Mein Name ist Hermann Ulrich von Ulrich Media. Ulrich Media ist ein Beratungsunternehmen. Wir sind in Bern zu Hause und beraten im ganz deutschen Sprachraum InDesign und Photoshop-Anwender. Meine Aufgabe mit dem Kometen ist, ich mache Schulungen, InDesign-Schulungen für die Leute, die den Kometen verwenden. Der Komet ist extrem einfach in der Bedienung und extrem effizient und sehr, sehr gut in SinDesign integriert. Er arbeitet mit Vorgaben, mit Templates, mit Bibliotheken und die müssen natürlich schlau aufgebaut werden. Damit das Ganze dann automatisch abgefüllt werden kann. Das Alleinstellungsmerkmal von Kometen ist, dass er extrem gut in die Oberfläche von InDesign eingebaut ist und so extrem effiziente Datenbank-Anbindungen ermöglicht. Der heutige Abend, die Party, das ist vor allem Networking. Das ist sehr spannend. Man lernt die Leute auch von einer anderen Seite kennen. Und für mich als Berater ist es natürlich super spannend, dass ich mal mit den InDesign Endanwendern auch sprechen kann und da wieder Schnittstellen spielen zwischen dem Endanwender und dem Hersteller Adobe selber.